Hallo Leute, ich bin Ella und ich möchte ein kleines Feedback geben über unsere Reise in die kasachische Berge, die uns Ghani im Sommer 2018 organisiert hat. Es war eine zweitägige Reise gewesen und umfasste ein kurzer Besuch des Schwarzes Tschirin, wo wir Fotos gemacht haben und einfach Landschaft genossen haben. Den Nachmittag haben wir an den beiden Kulsaiseen verbracht. Zum zweiten See konnte man entweder zu Fuß gehen oder bei den Einheimischen einfach Pferde mieten, was wir auch gemacht haben, denn der Aufstieg war zu steil. Am Morgen, den zweiten Tages, haben wir einen abenteuerlichen Ausflug mit dem alten sowjetischen Allradauto gemacht. Wir wurden hoch zu Keindesee gebracht und ich muss sagen, es war lustig, denn das alte, sagen wir mal so, Jeep hatte weder bequeme Sitze noch Storchdämpfer. Aber der Seekinde ist an sich ein Märchen. Es entstand vor über 100 Jahren infolge eines Erdbebens. Dabei bildete sich ein Krater, der sich mit der Zeit mit Wasser füllte. Und die runtergerutschten Bäume erstarrten im Wasser, so stehen sie heute noch. Es war ein wunderschöner Anblick, den wir genießen durften. Am Nachmittag unterwegs nach Hause, haben wir einen kleinen Abstecher zum Charin Canyon gemacht. Leider, zum gründlichen Besuch fehlte uns die Zeit. Der Charin an sich ist eigentlich Ganztagsreise wert ist. Allgemein, die Natur der kasachischen Bergen ist bezaubernd und vielfältig. Die Wüste, Steppe und Berge liegen unmittelbarer Nähe zueinander und ist eines Besuches wert. Ich muss sagen, die Reise an sich war kein Luxusurlaub. Das Land ist noch nicht für Tourismus erschlossen. Aber für diejenigen, die keine Angst von einfachen Umständen haben und Entdeckernatur besitzen, ist die Reise auf jeden Fall Volltreffer. Wir haben uns auf jeden Fall gefreut, diese Erfahrung gemacht zu haben. Falls euch das interessiert, kontaktiert Gany. Er beherrscht Russisch und Englisch, sodass ich denke mal keine Kommunikationprobleme entstehen werden.